Aufstehen, die Sonne lacht, Schlafmütze! Komm mit, das musst du dir ansehen! In diesem Herbst fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen. Oh, ich glaub's nicht. Lass uns feiern! Ein Programm so bunt wie der Herbst. Ich zieh'n paar große Nummern ab. Überraschung! Die Highlights im November auf Disney Cinemagic. Das war gar nicht so schlecht, oder?